Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 5 Ich spring gerade hier, also ich habe gerade den Absprung ausversenkt gedrückt, ich wollte eigentlich nur hinreisen zu dem Ort, wo wir es dahin gerufen, denn unser Plan ist es, mit dem Helikopter diese Joseph Statue platt zu machen und dann Joseph platt zu machen. Das werden wir, ich weiß nicht, ob wir das in dem Part beide schaffen, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall in der Aufnahme will ich das machen, also in der Aufnahme Session, Sitzung, whatever, weil kann euch egal sein, denn für euch ist ein Part, bla und part, bla, also kein Plan, wie viel Part ihr überhaupt schon habt, 29 oder so, so, alles, keine Feinde, finde ich gut, jetzt, eigentlich dürften ich gar keine Feinde, so gut wie herumtrucken wir, weil wir haben alle Außenposten erledigt, ich weiß nicht, wo dem herkommen könnten, wo denn ihr uns unterschlüpft, wenn die Unterschlüpfe, die Außenposten wären, haben sie es verkackt, sie haben keinen mehr, also weiß ich nicht, gut, egal, jetzt erstmal die Vaterstatue erreichen und ich überlege jetzt gerade, soll ich mit einem Raketenwerfer reinholzen oder einem Maschinengewehr, mal gucken, erstmal richtig gescheit hinsetzen, was mir da aber passiert und nicht in den Berg reinfliegen, wenn das geht, danke okay oh mein Gott, auch nicht ein Baum so, du verschießene Statue so ist das Wort, ja, ja, an meinem Arsch, Alter an meinem Arsch, so, wie schaut's mit MG aus oh, funktioniert das ja gut easy moin Meister ja, ja, habe ich alles okay 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 merken jetzt funktioniert nicht okay aber wenn ich es nicht hier gespawnt wird, dann über ich überlege, ob ich ein Kittler von so machen soll, aber ne, wir machen es einfach nochmal, aber wir fliegen mehr also, like du 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 du, wir fliegen, die treffen mich nicht, die Schweine, die dürfen mich nicht, die Schweine, die dürfen mich nicht, die treffen, wenn ich mich jetzt dann aufzuschießen, nur ich darf schießen jawohl schieß den kacken Kopf ab jawohl habe ich raus, 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 raus das ja ja, 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 ja ja, bin ich dabei, Society, wann man fuhróst soprattutto, aber ich brauche erst mal Unterstützung und jetzt�� вечermeister jetzt ist es ja vorbei jetzt ist ja fucking vorbei, alle Jetzt ist hier fucking vorbei. Jetzt nehme ich die zwei. Scheiße, noch einer. So, Leute. Wo seid ihr hier? Boom, mit mir. Oh, egal. Wingen wir auf Sorin. Bam. Fuck you all. Wo? Oh, nee. Kein Auserwählter, Mann. Kaki. Stirb, du Nutte, Mann. Oh, shit. Oh, oh. Nicht gut. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Ja, hu. Einmal schütteln, schon komm ich. Damit will ich bloß sagen, dass ich erst noch fertig pinkeln muss. Nein, du Missgeburte, ey. Fick dich, Junge. Ja, Hark, Sharky, macht was. Ich will jetzt die Einsatze sehen, aber richtigen Einsatze. Ich werde mich dabei, bei mir die Zähne nicht zu schneiden. Ist aber alles gut. Schön, freut mich. Oh mein Gott. Mit Deckung, Junge. Ist schon krank. Kannst du knicken, denn zum... Heil, Alter. Jawohl. Komm her, ich sehe dich doch. Ich habe Wallhack. Ich weiß, wieso du markiert bist, aber du bist markiert. Halt's Maul. So, einmal... Mh. 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 Mich verarschen? Okay, meine. Alter. So. Wo ist noch jemand? Warte mal. Ja, den könnt ihr übernehmen. Betrieb. Okay. Wow, hi. Passt, thanks. Eine Frage. Gibt es die Munitionskiste? Das wäre jetzt nicht so schön. Jawohl, wir weg. Danke. Perfekt. Und Panzer und alles mögliche hier. Nice, der Scheiß. So, was? Immer draufschießen, meint das sie wird. Ich komme immer hoch. Moin, achten, scheiße. Huh. Yo. What's poppin'? Bam. Den Wichser, den Wichser. Als Klärchen im Bärchen. Und die Scheiße. Let's go. Also Aufzug. Oder... Ah, ne, die... Geil. Geilt gar nicht lang. Geil. Und ich habe keine... Ich habe meine Erkenntnis mehr von jemandem dabei. Verdammt nochmal. Und hier ist einer. Warte mal. Okay. Der ist hier. Mein MG ist hier, falls ich es brauche. Schön. Das war schön. Ich weiß... Ja, ich scheiße, ich bin gekommen. Packt drauf. Weil, wenn wir oben sind, das ist gut, ist, wir können ja einfach rumzuspringen. Da like Wingsuits und so. Das ist das Problem. Ja, passt. Aber zuerst, komm, knacken, knacken. Knacken, 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 knacken. Ich glaube, es hat muss sein. Ja, wohl. Ich wollte zwar nicht mehr brauchen, aber... Interessiert mich nicht, Kollege? Beide Leute kommen und werden dir zeigen, wie sehr... Ja, bitte. Ja, bitte. Ich bete darum, Alter. Oh. Oh, ich höre ihn, aber... Hallo? Ey, du Missgeburt, wo bist du? Hä? Ach. Was? Halt's Maul. Ja, entscheide ich mal. Geht doch. Passt und hoch. Sieht gut aus. sechs meter noch irgendwann noch der stockwerk und noch ein paar halt okay da steht ja mal safe aus dann habs 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 ich habe hier noch noch irgendwann hubschrauber oder der um die kennen wir mal okay noch ein ressort warum sind hier so ich immer suchen hier sind einfach zweimal das scheiß statu so habs 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 hat keiner mehr da finde ich gut ja so ein bisschen wie in frau 3 dd die kacke klettern die funktürme man kennt die hoch wäre schwer als ob ich mich da unten trifft was ist mit euch kaputt kann ja nie sein oh gott wohin wohl also ich habe ich habe das buch jawohl wenn man wie bern und fly away und ich verziehe mich sobald ich hier ganz oben bin und theoretisch ja ja ist okay ja schlöcher wo haben wir denn da haben wir ja scheiße hey rookie hier spricht Tracy du hast also die schreine gefunden die fäder richten sie die liegen alle entlang ihres komischen pilger fahrts und dort treiben sich immer diese verfluchten peggys rum und huldigen diesen verfluchten josef das ist mir schon klar mit diesen schreien kollegen das weiß ich aber mein ziel ne kannst knicken das mein ziel ja nehmen ist ja nicht mehr egal ne mein ziel ist das und ich werde mir übrigens erst weiß das war jetzt mein plan mit dem wingsuit aber ich werde es nicht schaffen so direkt hin wobei ich es eigentlich nicht schaffen will weil ich müsste eine saison auch mal dings ja ich muss noch mal munition und so einen kack kaufen ähm die question ist wo da ok also ich habe viel gewartet ist übrigens gut ok ähm meinem geh heute zurück weil ok wir bringen jetzt hier nix mit dem bossfight die andere waffen die können bleiben mhm wobei warte mal warte mal nee die dinge kann ich eh nicht ändern die äh die pistole die bleibt bis sowieso ich brauche keine einhandwaffe ok warte mal wo ist es wo 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 hier jetzt nochmal einmal richtig aufstocken und dann geht die lucia ab dann geht die fucking lucia ab oh mann äh verkaufen kann ich eh nix so wie schaust hier aus bam die scheiße ja aber wollte ich keine eh nicht brauchen beim fight aber egal kaufen geht eh nix ok super so am mein plan ist sniper scheiß drauf wir nehmen was nehmen wir wir nehmen einfach wir nehmen 2 mgs in den 2 mgs das ding wir nehmen 2 mgs und das ding oder ein stummgewehr aber dann why not warum nicht das ist nicht wichtig aber okay also ich baller mich so rein für den hauptfighter wo ich weiß dass der nicht so krank ist aber er ist schon ein bisschen kranker war nicht so krank aber naja so ich würde noch mal gerne meine andere waffe schon die was ich jetzt gerade ausgesucht habe ich hindert die oder ja und ziehen habe ich drinnen und bei etwas weil ich kein ich will hier schaden oder sonst verliebt mir ich würde sagen wir sind ready wir sind ready ich werde jetzt einfach ja ich mache jetzt kein cut oder so vielleicht geht sich das ganze ding in einem part aus bezweifle ich wenn ich keine ahnung schneide ich es irgendwie so dass das der boss feier dass die mission dann eine mission ein video ist irgendwie mal gucken wie das macht als erst mal auf zu joseph auf zu joseph beim ersten mal glaube ich bin ich sogar in gefahren weil das feeling irgendwie so geil war und keine ahnung aber jetzt ich werde es auch nicht viel anders machen ich werde es nur so zu machen dass ich hier lande und hier reingehe alles klar wo alles begann munition habe ich volle kanüle ich habe eigentlich nichts vergessen normalerweise kann der fucking boss wird kommen ist schon krank was wir in diesen keine ahnung wie viel parts alles erreicht haben alle gerettet haben alle außenposten alle seine kinder oder whatever oder seine geschwister er tötet haben und jetzt let's go let's fucking go als der slum das fünfte siegel öffnete sah ich unter dem altar die seelen aller die hingeschlachtet worden waren im namen gottes du hast meine familie zu märtyrern gemacht und ich mache dasselbe mit deinem aber go beobachtet uns er wird uns nach unserer entscheidung in diesem moment richten ich sagte doch wir leben in einer welt am abgrund wo jede untat jede ungerechtigkeit jede entscheidung unsere sünden zeigt und wohin führten uns diese sünden wohin haben sie dich geführt deine freunde wurden gefangen und gefoltert und du bist schuld zahllose menschen sind gestorben und du bist schuld die welt steht in flammen und du bist schuld und du bist schuld war es das wir wirklich wann wirst du endlich erkennen dass sich nicht jedes problem mit einer kugel lösen lässt als du zum ersten mal hier warst gab ich dir die chance einfach zu gehen du hast abgelehnt und im angesicht gottes gebe ich dir diese chance ein letztes mal leg die waffen nieder und nimm deine freunde du lässt mir meine herde und gehst in frieden geh in frieden du bist doch völlig krank ist er das man wir hätten niemals hierher kommen sollen du weißt was zu tun ist und bedenke du bist zu tun das es Entscheidung zeigt unsere Sünde. John lag falsch. Deine Sünde ist nicht Jezum. Du würdest die Welt eher leiden und brennen sehen, als deinen Stolz zu schlucken. Und das Schlamm tat das sechste Siegel auf und erwacht ein großes Erdbeben. Oh, let's go. Ja, ist okay. So, das ist voll gestört jetzt. Ich kann. Hau ab. Ich kann. Sie zu meiner Seite ziehen. Es ist so, es ist ein geiles, geiler Bossverdauer eigentlich. Er fliegt erstmal davon. Er moll. Ich muss einfach alle wiederbeleben, die was er in ihrem Bann hat. Also ich, ja, ich bin theoretisch er ist das Böse, ich bin das Gute. Das war die ganze Zeit, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ja. Als dann, wie ich gecheckt habe, worum es geht oder wie es geht, war es richtig geil. Ich brauche einfach verbündet der. Und du verpichst dich aber mal ganz schnell, Kollege. Aber es ist noch lange nicht vorbei. Ne, ne, ist es nicht. Ja, ja. Arschlecken. Ja, ich sehe gar nichts mehr, Mann. Fuck mal live. Wo, wo? Au, 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 au. Komm, 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 komm. Hey. Stopp, 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 stopp. Äh. 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 Würdest du mich retten? Mann, Mann, Mann. Thanks. Ich kann... Ah! Ist das krank hier? Ich weiß nicht, wer hier... Schießt er so hart auf mich, oder was? Verpiss dich. Komm, 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 jetzt. Oh, Mann, ey. Alter. Ne, das ist ja immer schon der Scheiß-Schroffle, da war ja was. So. Ihn belebe ich wieder. Und irgendeiner flippt hier schon wieder komplett aus. Jawohl. Du jetzt. So, warte ich jetzt hier. Nick. Jawohl. Ich weiß ja noch. Arschlecken, Junge. Nancy, glaube ich. Oh, da wären wir doch halt. So. Passt. Direkt doch! Mann, ey. Okay. Also, was scheiß drauf. Was ist? Iiii! Shit. Ah, jetzt geht die Party ab. Jetzt geht die Party richtig ab. Au. Pain in mir ass. Das lautstum. Ne, der ist noch nicht vorbei, leider. Perk! Komm, 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 komm. Ist für ein Albtraum. Ja, kann man laut sagen. Au! Hä? Der pisst dich. Der pisst dich, Junge. Komm, 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 komm. Jesse. Jesse, Jesse, whatever. Jawohl, schön. So, das war's. Jetzt ist er am Arsch. Wollen wir uns sehen, aber sowas von. Jetzt, im G. Mg-Power. Komm, mir noch was? So, du Mistgeburt. Au. Bäm, Junge. Den kann er haben. Vergib ihnen, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Als der Schlamm das siebte Siegel aufbrach, wurde es ganz still im Himmel. Dann sah ich die sieben Engel und sie erhielten sieben Posaunen. Da kam ein Unheil. Donner und Blitze. Die Erde bebte. Joseph Seed, sie sind verhaftet. Eine gewaltige Stimme rief aus dem Tempel den sieben Engeln zu. Geht eurer Wege und gießt die sieben Schalen mit Gottes Zorn über die Erde aus. Es ist vollbracht, Kind. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, da hatte jemand recht, wa? Da hatte jemand verfickter mal recht. Ja, die Welt geht unter. Aber ich weiß nicht. Bin dabei. Ich weiß nicht, ob die Welt untergeht, aber auf jeden Fall Hope County geht unter. Montana geht unter. Sei leise. Ja, aber mit Tumor wäre es noch einfacher, aber okay. Ah! Shit! Ich... Warum? Ich bin so dumm. Wieso schau ich zurück? Gigi! Gigi! Da willst du einmal zurückschauen und schauen, was die Wichser machen. Da willst du einmal zurückschauen. Und schauen, ihr seid vorbei. Vega! Schau nicht zurück, du fucking Noob! Schau nicht zurück, was ist mit dir? Da! Ja, ich wollte einmal gucken, ob die, weiß ich nicht, ob die auch alle hinten durchdrehen oder... Kein Plan. Kommt auf einmal ein scheiß Auto an. Die Chance, Alter. Ist das bescheuert. So. Ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Let's go. Verdammte Scheiße, Jungschmund. Verdammte Scheiße. Ja, die Welt geht unter, wir wissen's. Hope County, whatever. Komm mit den verdammten Bunker, sofort! Okay, so. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Nein, werden wir nicht. Jetzt Schnauze. Ja. So, du Scheißkarre, hau ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich seh nix. Okay. Alter, ist das krank. Wo kommen sie auch die ganze Scheiße? Der war vorher nicht da. Ja, mein ich ja. Oh Gott. Alter, kein Penis. Der Muki auch noch dabei. Auch geil. Alter. Ja, ist in Ordnung. Oh mein Gott. Was für ein Baum. Ja, geil. Ja, jetzt wird er um. Alter, ich seh nix. Es ist so krank. Ein Reh brennt einfach mal. Ja, moin. Alter, was ist das denn? Nur Nuklearbombe oder was waren die Scheiße? Ich hab' ich noch nie verstanden. Lenk, was tue ich denn? Alter. Ich seh nix. Ich hab' ja, wir, 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 wir rauchen by the way. Wollte ich nochmal so sagen. Oh. Okay. Wir werden's nicht schätzen. Achtung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Die Politiker schweigen jetzt. Es bedeutet, die Unternehmen wurden ausgelöscht. Es bedeutet, die Welt wurde geläutert durch Gottes gerechtes Feuer. Aber vor allem... ...bedeutet es, ich hatte recht. Der Kollaps ist gekommen. Die Welt, wie wir sie kannten, ist nicht mehr. Ich habe so lange gewartet. Ich habe so lange gewartet, dass die Prophezeiung, die Gott mir gegeben hat, endlich wahr wird. Ich habe meine Familie darauf vorbereitet. Und du hast sie mir genommen. Ich sollte dich töten für das, was du getan hast. Aber du wirst alles aus mir bleiben. Du bist meine Familie. Und wenn die Welt bereit ist für die Wiedergeburt, treten wir zurück ans Licht. Ich bin dein Vater. Und du bist mein Kind. Und gemeinsam marschieren wir zum Tor von eben. Ja, das war's. Und das ist das Ende von Fakku 5. Ist auch geil. Bei Filmen hat man so gut wie immer ein gutes Ende. Das ist jetzt alles andere als ein gutes Ende. Und ich werde jetzt nicht spoilern, was passiert, wenn man einfach weggehen drückt. Sag ich jetzt nicht. Aber ja. Also was das Hauptende, das ist ja... Okay, das Hauptende ist das. Was dann noch ein alternatives Ende dann theoretisch ist, das ist ja in New Dawn. Weil New Dawn spielt ja alles nach Fakku 5. Und da versteht man dann auch einen Kollegen, einen Verbündeten, den man dann hat. Den habe ich dann gecheckt, wer das dann ist und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt erstmal von dem Game hier. Ich hoffe, man hört mich auch, weil die Musik ein bisschen nervig laut ist und so weiter. Aber okay. Ähm. Geiles Game. Geiles Game. Die haben auf jeden Fall mit dieser Steuerung, das kam mir auch bei Fakku 4 schon so vor, dass die Steuerung eigentlich komplett Hardcore mäßig für Koop ausgelegt ist. Und man hat immer Insta gemerkt, weil sonst war es immer so, man hat ein bisschen Zeit gehabt. Also dann ist ja alles in Zeitlupe gelaufen, dass man halt alles auslösen kann. Und hier ist einfach, es lief alles weiter. Also man hätte das ganze Game, ich glaube auch in Koop spielen können. Glaube ich. Habe ich jetzt nicht, wenn man gemerkt hat. Aber ja, wäre auch mal eine schlechte Idee. Okay. Ähm. Story mäßig. Fand ich gut, weil es nicht so kompliziert war. Es war einfach, es war, es war überhaupt nicht kompliziert. Vater. Der Typ. Die drei Anhänger, whatever. Die anderen Bosse. Bossfights, tot. Er noch. Bossfight, tot. Ja. Ähm. Und ich fand es auch geil, dass sie, weil sie eine Montana spielt. Ähm. Das hat so richtiges, so richtiges USA Feeling war. So mit diesem einen Rapper Versteck. Hier, ähm. Wie hieß die Scheiße? Männerhöhle. Dass er wirklich hat, ein Truck war, so ein richtiger Truck. Also okay, ein richtiger Truck war es nicht, aber. Und. Dann das, äh. Das finden, wenn man da reinkommt und zwar. Man hatte schon, man hatte schon richtig schön das. Das Feeling von USA. Mit den Straßen, mit den Häusern. Zum Glück gab es Häuser. Aber die anderen Teile waren ja die Häuser. Aber da ist es, der ganze Scheiß, der in Montana spielte. In der Stadt. In einem Land so halt. Gab es ja zum Glück die Häuser. Fand ich richtig geil. Und die Prapper Verstecker selber. War auch nice. Okay, für mich war es halt so, weil ich es gewusst habe. Deswegen ging es ja das easy going schnell. Aber es wurde ja auch markiert. Also wenn man es gelesen hat. Wenn man die immer so richtig akzeptiert hat. Dann hat man es ja eh schon gesehen. Wo, was, wann, warum, weshalb ist. Außer man musste irgendwas suchen. Okay. Aber so im Großen und Ganzen. Das waren ja theoretisch einfach die Rätsel. Kann man sagen. Paar Rätsel. Meistens schießen. Ab und zu schießen. Und zum Glück keine Funktürme. Zum Glück nicht. Ausposten. War völlig okay. Hat null genervt. Hat eigentlich in einem anderen Teil auch nie genervt. Nur die Funktürme haben mal genervt. Weil das haben sie nicht mehr gemacht. Ich bin gespannt auf Fuckboy6. Ob es dort auch ist. Aber ich habe schon viel gesagt über Fuckboy6. Ob das ist. Ob das ist. Ob das vielleicht nicht ist. Bla bla bla. Jo. Was soll ich sonst noch sagen. Äh. Eigentlich nichts. Ich mache mal das überspringen. Weil ich hoffe, dass man mich hört. Aber falls man nicht hört. Dass man mich jetzt wenigstens hört. Und. Jo. Man sollte sich jetzt der Bildschirm auch ändern. So wegen kompletter Katastrophe und so weiter. Ich weiß gar nicht wie viele Jahre das dann überhaupt spielt. Ja. Wie viele Jahre Fuckboy Nudorn dann von dem hier spielt. Weil die Welt musste sich ja erholen und so weiter. Und deswegen sieht ja auch Nudorn so aus wie Nudorn aussieht. Und ja. Fuckboy6. Ja. Fuckboy6 hatte mit den anderen Teilen. Also mit den anderen Teilen nichts zu tun. Ich sehe auch bei Fuckboy5 so. Hatte mit den anderen Teilen nichts zu tun. Also mit Nudorn. Nudorn hat mit Fuckboy5. Und Fuckboy5 mit Nudorn. Aber der Rest ist ja alles abgeschnitten. Finde ich gut, dass man wieder eine komplett neue Story ist. Und von Fuckboy5 noch. Gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja. Also ich werde die. Äh. Diese Nehmeson Kacke. Und diese anderen Hauptperson was ich noch habe. Diese 5, 6, 7. Werde ich wahrscheinlich nicht machen. Vielleicht werde ich sie machen. Das seht ihr dann eh. Ich denke nicht. Aber mal gucken. Für mich. Kann man sagen. Ist glaube ich. Ich schätze mal zu 90 Prozent. Ist das Game jetzt abgehackt für mich. Zu 90 Prozent. Ja. Könnte sein. Muss nicht sein. Ich glaube nicht. Und ja. Dann. Hört man sich. Beim. Fuckboy6. Also genau. Was ich noch sagen wollte. Ähm. Das mit den Flugzeugen. War auch nice. Also die Steuerung. War zum Glück auch. Auch nice. Obwohl es. Ja. Kann man sagen. Leider für mich. Sogar witzigerweise. Dass ich das sage. Leider. Nicht viele. Ähm. Flugmissionen gehabt. Nur eine. Zwei. Mit Nick. Wo wir das Ding zurück geholt haben. Und dann halt. Mit dieses hier. Das Tutorial. Aber sonst war. In den Hauptmissionen. Die was ich halt jetzt gespielt habe. War glaube ich. So gut wie nie. Irgendwo mit Fliegen. Ich glaube. Mit Willis. Das. Hätte man. Glaube ich. Noch. Irgendeine Mission. Aber ich habe ja Willis. Auch gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Es waren leider. Zu wenig. Flugmissionen. Leider. Aber ansonsten. Kann ich eigentlich. Nicht wirklich meckern. Ne. Es war. Es war schön. Es war ein schönes Spiel. Ich hatte Spaß. Ich hatte immer wieder Spaß. Okay. Dann würde ich sagen. Bevor ich jetzt hier noch. Drei Jahre herumrede. Das war es von mir. Und von. Let's play. Far Cry 5. Hoffe es hat dir gefallen. Mir. Das ist auf jeden Fall wieder mal gefallen. Hier das. Game zu zocken. Und wie gesagt. Far Cry 6. Ich weiß es nicht. Ob ich das. Let's play. Wenn es halt. Insel rauskommt. Weil ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Wenn es draußen ist. Am siebten. Äh. Ja. Vielleicht. Werde ich es anfangen. Zu let's play. Vielleicht breche ich es ab. Und spiele es dann nochmal. Für mich. So wie es bei dem Teil auch war. Und dann irgendwann. Werde ich es playen. Kann auch sein. Es kann alles sein. Bei Far Cry 6. Kann jetzt alles sein. Gut. Dann würde ich sagen. Das war es von mir. Das war es von Far Cry 5. Wir hören uns dann. Beim. Nächsten Video wieder. Bis. Dann. Ciao. 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 Ciao.